Guten Morgen! Guckt euch diese wunderschöne Kulisse hier mal an. Richtig schön viel Altbau. Ich schlendere gerade zu meinem Nagelstudio-Termin. Da habe ich ein kleines Beauty-Date mir für heute Morgen ausgemacht. Wir machen allerdings nicht die Hände, sondern die Füße. Die Nägel hier mache ich tatsächlich echt am liebsten selber zu Hause mit meiner eigenen UV-Lampe. Für lau! Spare, spare, spare! Ich habe nämlich das Pest, dass in den Studios alle immer so viel von meinem Naturnagel abschleifen bei den Händen. Und die sind eh schon so dünn und ohne Lack funktioniert das dann überhaupt nicht mehr. Wo muss ich entlang? Die sollen sich lieber aushoben bei meiner Hornhaut da unten. Da juckt es mich nicht, wenn sie richtig viel abschleifen. Im Gegenteil. Und mit diesem leckeren Thema würde ich sagen, willkommen zum neuen Vlog. Hallo! So was ist doch auch nett, oder? Ja, schaut gut aus. Oder? Ja, voll. Ja, das ist voll nett. Das ist auch so ein bisschen beerig. Aber nicht ganz so blau wie das andere. Überforderung gleich am frühen Morgen. Also, von mir hätte ich das nicht gerechnet. Wir haben unsere Farben ausgewählt. Ja, ich halte sie. Was sollen wir machen? So nudig oder so beerenmäßig? Guckt mal, was die Krise für einen schönen Ring trägt. Kommt euch der eventuell bekannt vor? Da steht ihr so gut. Liebe ich sehr, muss ich sagen. Wir haben die Farbe schon fertig. Bei mir kommt sie erst noch. Und ihr habt entschieden. Die Nägel sind fresh. Es ist beerig geworden. Und jetzt gibt es noch ein gutes Frühstück. Und wenn wir schon mal in der Stadt sind, gehen wir jetzt auch noch eine Runde shoppen. Ihr wolltet wieder mal einen Shopping Vlog. Wegen euch muss ich das jetzt machen. Ich erarme. Da guckt ihr jetzt aber nichts. Ich probiere jetzt ein paar Hosen durch. Denn ich trage eigentlich immer nur diese eine schwarze, die ich seit fünf Jahren habe. Die habe ich auf dem Vintage-Flohmarkt gekauft. Aber ich würde sagen, das ist ein bisschen eng hier hinten. Die Scots machen sich bezahlt. Auch wenn die Hosen jetzt nicht mehr gut sitzen. Die hier ist schon besser, finde ich. Da hat man hinten ein bisschen Luft zum Atmen. Ist auch immer geil, Hosen anzuprobieren, wenn man gerade gegessen hat. Dann weiß man, dass sie auch mit Foodbaby noch passen. Okay, krasser Throwback in frühere Zeiten. Wie finden wir solche ausgestellten Hosen, Leute? Ist das cool oder nicht? Ich bin mir sehr unsicher, aber ich mag dieses feinrippige hier ganz gerne. Kommentiert generell mal unten, welche Hosenschnitte ihr cool findet. Skinny, warm oder so. Ausgestellt. Ich brauche Beratung. Okay, da war leider nichts dabei. Aber ich habe jetzt auch nicht den großen Stress. Ich bin mit dieser Hose sehr, sehr happy. Und vielleicht bringe ich die auch einfach wieder zum Schneider, dass sie sie passend macht. Schauen wir dafür jetzt wieder mal auf zu TK Maxx. Vielleicht finde ich da ein bisschen was für die Hauptkanal-Videos. Voll crazy. Man wird jetzt am Eingang von jedem normalen Laden kontrolliert, ob man geimpft ist oder genesen oder was auch immer. Auch gerade beim Zinsprobieren schon. In den Lokalen ist es ja schon länger so, aber dass das im Einzelhandel jetzt auch so ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mitgekriegt gehabt. Hier sieht wie immer alles schon so ein bisschen leergeräumt aus. Ich finde das da sehr geil. Kostet immer noch 2 Euro. Und die Pinselborsten sind einfach abgefallen. Nehmen wir doch mit, das kann man noch reparieren. Not. Leute, ich habe was gefunden für alle von euch, die sich gerne 20 Mal am Tag duschen. Das sind einfach 3 Liter Duschgel. Das ist aber richtig geil. Diese Bürste kostet normalerweise so um die 100 Euro und hier nur noch 40. Wow. Und dieser Preis ist halt auch der Wahnsinn, dass es auch richtig gut ist, so ein Maskentool. Würde ich mir mitnehmen, wenn ich nicht schon eine hätte. Hi. Der Moment, wenn eine Kerze so groß ist wie mancher Wohnzimmer, Tisch, wo wir gerade bei groß sind. Wie krass ist das? Dieser Schuh ist so groß wie mein Oberkörper. What the fuck? Böse Zungen würden jetzt sagen, es ist ein Kindersaar. Und das sage ich, die selber nicht die kleinsten Füße hat. Okay, für die Videos war nichts dabei, aber ich habe ein Shampoo gefunden. Ich habe jetzt extra recherchiert, ob das gut bewertet ist. Das Internet ist begeistert. Somit geben wir dem eine Chance. Ich habe nämlich keins mehr zu Hause. Leute, was sagen wir dazu? Ich finde irgendwie, diese Falten sehen seltsam aus. Oder ich bin halt einfach nur mit allem unzufrieden. Das kann auch sein. Solche Tage hat, glaube ich, jeder, wo man in der Kabine immer nur so denkt, nichts davon sitzt so wirklich gut. Und wenn du es dann irgendjemandem sagst, sieht es kein Außenstehender außer du selbst. Hm. Ich weiß nicht so recht. Das finde ich richtig cool mit diesen Details hier. Und vor allem auch mit dem Goldschmuck. By the way, hier unsere Ketten. Aber das Problem ist, es ist ein bisschen durchsichtig. Kraft zur Hölle. Ich komme aus dem Store raus. Und es ist einfach Schneeregen. Das ist so dunkel. Und voll dunkel. Dabei ist es jetzt erst so halb drei oder so. Oh, guckt mal, Leute. Das ist richtig hagel. Aua. Das tut voll weh. Was ist das für ein Wetter, Alter? Anyways. Ich habe jetzt nichts gefunden. Aber das ist okay. Man muss nicht immer alles kaufen. Ich glaube, das ist mein Zeichen, heimzufahren. Wie crazy ist das? Ich bin jetzt 15 Minuten in der Uhr gewesen. Und das Ganze ist einfach direkt liegen geblieben. Alles weiß. Hallo, Baby. Hast du hier geschlafen, du kleiner Schneehase? Draußen geht die Welt unter. Und du? Habt ihr mich sehr vermisst? Meine Mäuse. Ja, kommst du jetzt mit hoch? Wir müssen ein bisschen was arbeiten jetzt noch. Setzen wir uns mal an den Computer jetzt die nächsten paar Stunden. Wow, Leute. Guckt euch diesen Sonnenuntergang heute an. Das ist doch der Wahnsinn. Unfassbar. Baby, du bist auch ganz begeistert. Ja, Mausi. Ich habe mich entschlossen, jetzt noch mal eine kleine Runde Sport einzulegen hier zu Hause. Ich brauche das gerade irgendwie. Frische Gedanken, freier Kopf. Normalerweise bin ich überhaupt kein Fan davon. Nachmittags noch zu trainieren. Geschweige denn, wenn es dunkel wird. Wahnsinn. Guckt euch dieses Licht an. Lasst mich kurz duschen gehen und dann sprechen wir in Ruhe. Ich fühle mich wieder wie ein Mensch, Leute. Und aus gegebenem Anlass besprechen wir jetzt ein kleines, sensibles Thema. Deshalb eine kleine Triggerwarnung. Ich werde über Gewicht reden und über Essen und über Sport. Ich werde das Ganze auch im Titel andeuten. Damit die, die das triggert, gleich wegschalten können. Das wird jetzt bis zum Ende des Videos dauern. Ich habe die Woche in meiner Story wieder so ein FAQ mit euren Fragen gepostet. Und da kam extrem viel zum Thema Sport. Was auch so meine Ziele sind und wie aktuell mein Gewicht ist. Das ist somit die meistgestellte Frage. Ich muss sagen, bei meinem Trainingsplan, den werde ich mir demnächst schreiben. Wenn ihr wollt, kann ich euch da auch so ein bisschen einen Einblick geben. Ihr könnt gerne mal kommentieren oder einen Daumen nach oben geben oder so. Ich bin mir nämlich immer noch so ein bisschen unsicher, ob dieser ganze Fitnesstrip für euch überhaupt interessant ist. Auf jeden Fall, wenn ich eines auf meiner Fitnessreise gelernt habe, dann das Gewicht überhaupt nichts aussagt. Darüber, wie ihr ausseht, wie ihr euch fühlt, wie gesund ihr auch seid. Generell wiege ich tatsächlich auf diesen beiden Bildern genau gleich viel. Und es stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe Bock auf bessere Leistung. Und wenn damit mehr Muskelmasse einhergeht, die nun mal schwerer ist, dann ist es für mich völlig fein. Nicht zuletzt durchs Nehmen und Absetzen der Pille, als auch durch leichtere und schwierigere Zeiten. Und mein intuitives Essen, das ich schon mein Leben lang irgendwie durchziehe, gab es ziemlich große Schwankungen. Also ich war schon auf dem einen Extrem und habe auch schon wesentlich mehr auf die Waage gebracht. Und nachdem ich beides schon hatte, kann ich euch sagen, mit mehr schönen weiblichen Kurven oder mit weniger ist man nicht mehr oder weniger glücklich. Das ist oft so ein Trugschluss, wo man sich denkt, wenn ich mal bei x Kilogramm bin, dann ist alles gut. Nein Leute, das ist glaube ich so ein bisschen wie mit den Reichen, die immer so sagen, Wenn du das Geld hast, dann merkst du, das ist nicht das Glück. Und wir dann so, Alter, ich heule trotzdem lieber in einem Ferrari als unter der Brücke. Aber in dem Fall sagt eben das Gewicht wirklich nichts über die Gesundheit und alles aus. Ich war zum Glück auch in der privilegierten Situation, dass mein Umfeld das auch nie kommentiert hat, wenn es da solche Schwankungen gab. Also ich wurde nicht gebodyshamed. Im Vergleich zu meinem abstehenden Ohr, das habe ich auch die Woche in der Story geteilt und zu diversen anderen Sachen. Es ist aber eine andere Story. Durch Social Media ist das irgendwie verzerrter denn je auch unser eigenes Körperbild, denke ich. Wir sehen uns im Spiegel komplett anders, als uns Leute in Bewegung sehen. Tatsächlich habe ich vor, mehr zuzunehmen, weil einfach die Leistung beim Sport dann auch besser wird. Du bist nicht hier, um anderen gerecht zu werden, sondern um fabulous zu sein. Denn Schönheit liegt sowieso immer im Auge des Betrachters, wie oft ich auch lese. Ja, langsam wirst du zu muskulös und so ein Scheiß. Also egal, wie du aussiehst, es wird immer Leute geben, die es kritisieren. You do you. Tu die Dinge für dich und nicht für andere. Und ich hoffe, du hast einen schönen Tag und fühlst dich umarmt.